Ellen, 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 Mann! Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparadenschon. Mit dem Ellen, unserem Ellen. Heute gibt es wieder Schlagerkampf, wir holen dies und noch mehr. Mit dem Ellen, unserem Ellen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die richtige Wahl, immer die richtige Wahl. Heute vom Gestüt Berner. Wir freuen uns. Herzlich willkommen auf dem Gestüt Berner. Wir machen die Tore auf, holen die Pferde raus. Und hier ist Roger Wediger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da hat man viel gesehen von deiner privaten Wohnung. Erstmal herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer, noch einmal. Wir sind auf dem Gestüt Berner. Vor fünf Jahren sang Roger Wediger, kam die Treppe runter, kam von diesem Brunnen ein Erlebnis, immer wieder. Ja, das war wunderbar. Fünf Jahre ist schon wieder her, wir sind absolut jünger geworden. Du siehst strahlend aus, welchen Maskenbildner hast du eigentlich? Alles gute Ernährung, gute Lebensführung. Und das natürlich mit dem wunderschönen Mittel, was dich immer gesund macht, was du ja auch vertrittst. Jetzt haben wir jemanden hier, einen jungen Mann zu deiner Seite, denn wir gehen zum Westernreiten. Deshalb hat Ellermann seinen Stätzen aufgesetzt, denn in Westernreiten kennt er sich ja auch ein bisschen aus. Viele Jahre beim NDR die Country-Hit-Parade habe ich moderiert. Der liebe Kurtis Freudenthal ist da, der Name verpflichtet. Tja, hilft ja nichts. Wie kamt ihr auf die Idee? Die Idee besteht schon länger. Wir suchen seit diversen Jahren einen Hof und haben jetzt endlich das Passende gefunden. Zum Komplettreiten, ein komplettes Reitzentrum. Wir werden Dressurspringen, Westernreiten anbieten. Dazu werden wir therapeutisches Reiten anbieten. Uns alles sehr hochklassig. Das ist super, denn du hast ja viele, viele Ställe, die sind jetzt wieder frei geworden. Und ihr macht sozusagen auch eine Pension. Man kann sein Pferd hier sozusagen vorbeibringen gegen eine Miete. Erklär uns das. Richtig, man kann sein Pferd hier in die Pension geben. Das Pferd wird versorgt. Der Kunde kann auswählen, darf mein Pferd aus dem Fenster schauen, soll mein Pferd dreimal am Tag gefüttert werden oder zweimal, soll mein Pferd einen Weidegang erleben. Das heißt, aus einem Servicekatalog wählt der Kunde, was mit seinem Pferd geschehen soll. Ob es ausgebildet werden soll, bis S-Tressur, alles möglich. Wir haben etwas vorbereitet und zwar läuft jetzt ein Laufstreifen hier gleich durch, eine Telefonnummer und www.gestütberner.de. Dort können Sie sich daran wenden, denn ihr nehmt ab sofort jetzt schon Leute an, die ihr Pferd hier unterbringen wollen. Was macht ihr da genau mit den Pferden? Es läuft folgendermaßen ab. Wir haben Boxen frei. Innenboxen, Außenboxen, Stutenfohlenboxen, Abfohlboxen. Wir werden eine Deckstation einrichten. Das Pferd kann in den Offenstall, es kann genauso gut in diesem Stall stehen. Wir haben eine 40-60 Reithalle, einen 40-60 Außenplatz, einen großen Springplatz. Wir haben ein komplettes Reitsportzentrum. Es ist alles vorhanden. Sie können ihr Pferd herbringen und es wird komplett versorgt. Im Notfall können Sie, wenn Sie in Hamburg im Büro sitzen, in einer Stunde auf dem Pferd sitzen wollen, rufen Sie an. Das Pferd steht fertig geputzt und gestriegelt auf der Stallgasse. Sie können sofort los. Was war das eben mit dem Deckhengst oder mit Decken? Hat das irgendwas? Wir werden im Laufe des Jahres eine Deckstation hier einrichten, wo Sie eine Stute, die gedeckt werden soll, zu uns bringen können. Dort wird vom Tierarzt die Voruntersuchung gemacht und vom Tierarzt das Pferd belegt. Also richtig interessant. Da sollten Sie unbedingt jetzt gleich die Nummer notieren und morgen anrufen. www.gestütberner, das lassen wir gleich durchlaufen. Wir machen jetzt ein bisschen Musik, erinnern auch an die fünf Jahre, denn vor fünf Jahren waren Rocha und Whittaker hier am Brunnen. Und ihr habt getanzt, du und dein lieber Mann, der leider ja verstorben ist, der Günther. Und ihr habt hier schön getanzt, aber die Bilder, die bleiben. Das war wunderschön, wunderschön. Er hatte sich gewünscht, einmal im Leben Rocha und Whittaker in die Augen zu schauen, ihm die Hand zu schütteln. Und dann stieg Rocha und Whittaker aus und sagt, oh my goodness, my brother. Ja, die sahen wirklich aus wie Zwillingsbrüder. Es war nicht zu glauben. Wir haben diese schöne Sendung gemacht. Ich war ja damals hier auch zu Gast und es war ein Spezial mit tollen Titeln. Sie werden Rocha und Whittaker auch noch weitere Male erleben in dieser Sendung. Jetzt Eloise, ihr tanzt beide an diesem Brunnen hier. Strahlendes Sommerwetter war da, obwohl es auch im April war, genau wie heute vor fünf Jahren. Hier kommt der Titel Eloise. Sie ist die Sendung Luise und kam mir gleich etwas Spanisch vor. Sie tanzte wunderbar, mich reizte die Gefahr. Blind ging ich in Freude, ich hab gewonnen und ich verlor. Die Glut verbrannte mich, doch ich beklag mich nicht. Mit dir war ich dem Himmel nah, auch wenn ich ab und zu dabei in die Hölle sah. Aber sie war schön, die Zeit, ich hab nichts bereut. Heloise, ich liebte dich mit Haut und Haar, bis der König in mir am Ende ein Bettler war. Aber hätte ich die Wahl, ja ich tätt's nochmal. Ich sitze auf dem Tisch. Trümmer, der vielen Trümmer, der vielen Träume, die du mir nahmst. Lässt du mich auch allein, ich muss dir doch verzeih'n. Mit dir war ich dem Himmel nah, auch wenn ich ab und zu dabei in die Hölle sah. Aber sie war schön, die Zeit, ich hab nichts bereut. Heloise, ich liebte dich mit Haut und Haar, bis der König in mir am Ende ein Bettler war. Heloise, ich liebte dich mit Haut und Haar, bis der König in mir am Ende ein Bettler war. Heloise, ich liebte dich mit Haut und Haar, bis der König in mir am Ende ein Bettler war. Heloise, ich liebte dich mit Haut und Haar, bis der König in mir am Ende ein Bettler war. Heloise, die wir auch gleich musikalisch schon erleben. Aber ich möchte nochmal darauf eingehen. Heloise, in unseres Reittherapeutischen Zentrums. Das freut mich ganz besonders, dass Casey Kelly gesagt hat, jawohl, ich liebe Kinder und ich liebe Pferde. Und ich übernehme gerne die Schirmherrschaft. Das ist wunderbar. Wir werden die Kinder ja auch noch erleben heute im Laufe unserer Sendung. Das heißt, wir werden darüber sprechen. Hier gibt es ja eine Therapie, also therapeutisches Reiten für die Kinder. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ich will aber nochmal auf Roger Whittaker zu sprechen kommen. Denn Roger Whittaker hat ja hier auch ein Pferd getauft. Und das, das Fohlen. Und das ist sehr erfolgreich. Erzähl doch bitte mal. Das war, Roger hat es Whittakers Contendra genannt. Denn der Vater dieser kleinen Stute ist Contendra. Das war von unserem eigenen Hengst. Und diese Stute war sehr, sehr erfolgreich. Hat viele Schauen gewonnen. Und hat jetzt aber den Besitzer gewechselt. Und der Besitzer ist sehr, sehr glücklich. Ja, und Roger hat mich vor kurzem angerufen und hat sich nach dem Pferd erkundigt. Und sagte, Mensch, fünf Jahre ist es her. Was macht mein Fohlen? Sie sehen auch gerade ein Bild von dem Pferd, wo es getauft wurde. Hier sehen wir die Bilder nochmal. Schön, wenn man alles im Archiv hat. So, diese Bilder gehen nie weg. Die kann uns auch keiner klauen. So ist es. Genau. Denn jetzt haben wir einen tollen Titel nochmal. Und zwar mit Katie Kelly. Ich habe es angekündigt. Obwohl das Konzert noch nicht begonnen hat und gleich die Zuschauer heute Abend ja hier reinkommen in deine Reiterhalle, erleben wir sie jetzt schon mal musikalisch. Und das freut uns. Hier ist Katie Kelly. Don't you? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020